Open BIM gewährleistet meiner Meinung nach eine Vielfalt an Tools, die ich für die Konkurrenzsituation in der Softwareindustrie als sehr wichtig erachte. Wir sind Verfechter, starke Verfechter von Open BIM. Open BIM bedeutet, dass Partner mit unterschiedlichsten Lösungen sehr gut und effizient zusammenarbeiten können, dass man also nicht gezwungen ist, mit einer einheitlichen Lösung, mit einer einheitlichen Software jetzt in unserem Fall, arbeiten zu müssen. Wir denken, das ist wichtig, damit man jeweils mit dem Tool, dass die Aufgabe für diese spezifische Aufgabe am besten geeignet ist, damit man mit diesem Tool arbeiten kann, oder auch, dass man mit einem Partner zusammenarbeiten kann, der die beste Lösung anbieten kann für eine Aufgabe und nicht mit einem Partner, der einfach nur eine kompatible Software einsetzt. Kapitelnen Untertitelung des ZDF, 2020